Ah, dann wollen wir mal gucken, was wir gegen die Stämme ausrichten können. Und entweder die eine Armee noch verstärken oder noch eine Armee machen, die genauso billig ist. Du hast einen Auftrag, deshalb kann ich dich nicht rekrutieren gerade. Das ist mir doch egal, wie ihr euch nicht mögt. Ich brauche mal mehr Truppen. Wie findest du die Musik von Monster Hunter allgemein? Du bist ein witziges Kerl, als wenn ich die Musik von Monster Hunter gerade im Kopf habe. Also... Keine Ahnung. Wie geht die Monster Hunter Musik? Kannst du das bitte schriftlich mal zeigen? Sind alle zu angeschlagen. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals gesagt habe bei Monster Hunter Spielen, Boah, die Musik geht mir gerade voll auf den... Dingsbums. Deshalb denke ich, dass ich die Monster Hunter Musik vollkommen in Ordnung finde. D, 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 D. Moment, du hast einfach nur D, 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 D geschrieben. Das ist kein Soundtrack. Kannst du mal bitte die Noten schreiben? Dann kann ich mir was darunter vorstellen. Vorwärts! Ich folge eurem Ruf. Bedenkt alles. Lauf jetzt! Angriff! Schlagt jetzt zu! Ach, sie kapitulieren. Dieser Ort kommt unseren Plänen gelegen. Dieser Ort hat uns schon mal gehört. Im Berüchtigtsein liegt keine Schande. Seng Yang, die Verstümmelte. Wir fühlen uns geehrt. Es wäre törig, diese Chance nicht zu ergreifen. Die Probleme bei Monster Hunter waren andere. Ich erinnere mich dunkel. Also ich habe Monster Hunter jedenfalls von der Questreihe und Monstern mit dem Zusatz abgeschlossen. Dann kann ich viel Kohle rausschlagen bei dem. Und das alles nur für Zugang. Und das alles nur für Zugang. Vielen Dank. Ja, aber das Problem von Monstern ist einfach, dass es unendlich geht. Man kann es eigentlich 24 Stunden streamen, jeden Tag die Woche und du bist nach einem Jahr immer noch nicht fertig mit allen Waffen. Ich weiß gar nicht, wie die das im Balancing Test hinkriegen. In dem Spiel. Kann es wahrscheinlich in Deutschland nicht machen, weil Leute nicht so lange einsperren das mit dem Spiel allein. Lio-Zang. Ach, endlich kriege ich meinen Hengst. So, du brauchst keine Autoritätsrüstung. Du kannst die aber anziehen. Ich, der stehe, nicht wie die auf diese Dinges kommen. Was? Ich kenne nur den Film. Welchen Film? Monster Hunter Film? Der so stark kritisiert wurde, weil er einfach so ganz schöne Animationen hatte, aber sonst überhaupt nichts mit Monster Hunter zu tun hatte. Ich habe den Film nicht gesehen. Es sind so wenige, ich kann auch mal delegieren. Scharfsinn entgegen dem härtesten Schlag. Verlienen die 20% ihrer Energie teilweise. Wir würden mit ihnen unsere Vorräte verschwenden. Lasst sie frei. Wir haben keine Verwendung für sie. Warum bist du unglücklich? Weil du eine höhere Hofposition haben willst, weil du so ein guter General bist. Aber ich habe nichts für dich. Also muss ich dir einen guten Titel geben. Warum fällt er dabei auf Null? Dabei sollte das eigentlich 50% verlangen nach einem höheren Amt einstampfen. Ich verstehe nicht, wie die Entwickler von Monster Hunter auf diese Monster-Dinger kommen. Ich sage Ihnen mal, du willst Dinger schreiben. Dissings. Dissings ist für mich kein Wort. Ach, Monster-Design. Tut mir leid, ich habe schon lange nicht mehr im Support gearbeitet. Da muss man auch immer Sachen entschlüsseln. , glaube ich. Okay. Ach komm, nur Armbruchsschützen habe ich zwei, die ich wenigstens noch mit Feuerpfeilen ausstatten kann. So, du denkst, das wäre eine knappe Niederlage, wo meine Leute unerfahren sind. Und weil sie Elefanten haben und ich nichts habe für Formationen und keinen Schutz gegen Bogenschützen. Der kommt mir bestimmt hinterher und es reicht. Ah nee, er geht weg. Da warte ich lieber auf die andere Armee, die ich noch dazuziehen kann. Der Kampf ist nicht immer die Lösung. Eine gewinnbringende Vereinbarung. Eure Macht wächst. Ich schalte die diplomatische Option frei, andere Fraktion zum Versailen zu machen. So, gern verweilter und Handelsabkommen. Ich glaube, da sind, also bei den Entwicklern von Monster Hunter sind ganz viele Entwickler damals die ganzen, also für Mask und so weiter oder diese komischen Dinosaurier, wo sie einfach Laser draufgeschraubt haben und die dann rumgeflogen sind, damit geschossen haben. Da sind diese ganzen Spielzeugentwickler machen jetzt einen Monster Hunter. Weisheit längt uns. Weisheit längt uns. Gute Nacht, Amadou. Gute Nacht, Amadou. So, rekrutiert nochmal zwei Einfallreiter. Haltet beim Spangen eines Bogens den Atem an. Gewinnen an uns. Bringt eure Reserven. Schon vom neuen DLC verliebt der Danger Skirt. Also da das neue DLC sogar schon eine Verschiebung bekommen hat, natürlich. Oh, Entschuldigung, ich sollte jetzt nicht böse sein. Ich nehme nochmal zurück, was ich gesagt habe. Sei mehr wie die Influencer, die du hast. Ja, voll cool, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du in meinem Stream gefunden hast. Natürlich habe ich vom neuen Elite Dangerous DLC schon gehört. Voll cool, ich freue mich voll drauf. Ich hoffe, dass ich das frühzeitig euch präsentieren kann. Natürlich, nur wenn der Entwickler mir einen Haufen Kohle dafür bietet, damit ich es euch präsentiere. Vielen Dank. Obwohl man sagen muss, da ich Elite Dangerous ja nicht schlecht fand. Aber es hat halt viel Grind. Ihr seid eine Schwachstelle, die gestützt werden muss. Es liegt an euch. Also, wenn du... Know das ist nicht okay. Aber es liegt nicht gut. Nur ein ganz kein wenig übertrieben. Ich war sogar untertrieben im Vergleich, was ich woanders sehe. Ah, liebe Rentnergemeinschaft. Schaut euch diese wundervolle Packung Taschentücher an. Packung Taschentücher kann man immer gebrauchen. Wenn man unterwegs ist, jetzt in der Zeit der Pandemie und der Corona, Regie, bitte voll auf die Packung Taschentücher zeigen. Sollte man immer eine Packung Kokett dabei haben. Denn Kokett, das ist eine Investition in ihre Zukunft und wenn sie mal sterben werden, ist das auch ein schönes Erbe an ihre Enkel und Enkelinnen oder an ihre Kinder, falls sie welche haben. Aber auch kein Problem, wenn sie keine Verwandten haben. Der Bestatter wird sich freuen, dass er, nachdem er ihre Leiche runtergetragen hat, in das Transportfahrzeug, was natürlich wundervoll für sie hergerichtet wurde, sich danach mit diesen wundervollen Taschentüchern die Hände abwischen kann. Nein, nach neuer Gesetzgebung muss ich Werbung in einer Sache sogar nicht mehr markieren, solange ich keinen Vertrag mit der Firma habe. Das war ja lange, sag ich mal, so ein Grau-Ding. Er hat nicht Tempo gesagt. Ich finde das schrecklich, wenn... wenn so Begrifflichkeiten in die Allgemeinheit übergehen. Wie, wir googeln was. Nein, wir suchen was im Netz. Wird mit Essen. Damit bekommst du mich. Ich habe kein Essen hier stehen. Marketing-Technisch hat das Unternehmen aber alles richtig gemacht. Du meinst bei Tempo? Ne, Marketing-Technisch hat das HB-Männchen alles richtig gemacht. An den wird man sich noch erinnern. Da sind wir alle schon an Lungenkrebs gestorben. Braucht ja nicht mal. Du hattest mal diese Nudeln. Richtig, und die Nudeln waren wirklich ein geiler Deal. Sie haben sogar ganz gut geschmeckt. Wo bekommt man die Taschentücher hier? Ich glaube, das sind Taschentücher von... R. Ewe. Ich glaube, das würde sich für mich lohnen. Baukosten reduzieren und Handeln und Landwirtschaft wird minus 50%. Aber ich habe überwiegend, wie ich Industriehandel. Wow. Verdoppelt. Es gibt aber noch L-Edel und N-Eto. Dann geh doch zu N-Eto. Unser N-Eto ist leider immer total doof. Ich bitte euch darum. Kannste haben. Nicht so viel wert. Eure Zustimmung erfreut uns. Habt ihr in der direkter Nähe nur zwei N-Eto's? Ich habe ein N-Eto's in der Nähe. Aber da geht keiner hin, weil das einfach so abseits ist. Und wenn man mal hingeht, ist das halt wirklich ein Kassierer pro Kunde. Kannst mich nur mit Auto erreichen. Dann ist schon mal dieser ganze zu Fußverkehr nicht vorhanden. Das ist eine Sache übrigens, die Engine auch total verkackt hier. Mit einem kürzeren Weg über den Fluss nehmen. So, du stellst Hinterhalt auf und hoffen wir mal, dass der reinläuft. Spart eure Energie auf! Lasst eure Wut aus! Eine weise, durchdachte Strategie wird zu zahllosen Siegen führen. Sonne, Zorn, in den Kampf! Ganz China blickt auf uns. Geht mit Ehre vor! Aber ich gehe zu R-E-W gerne mal. Ist eh der Witz, dass wir hier in unserer Mini-Ortschaft einfach jede Art Laden haben. Was willst du denn bei RWE? Strom. War letztens auch nur spazieren und treffen Nachbarn, der dann irgendwie für seine für seinen Stromanbieter eine halbe Stunde Werbung macht bei mir. Und meint, du musst wechseln. Hier, bin von Stadtwerken weg. Muss auf jeden Fall hier dahin gehen. Aber wahrscheinlich kann ich wirklich Geld sparen. Ich bin ein anderer Stromanbieter, der dann ein halbes Jahr später bankrott geht und ich auf den Kosten sitzen bleibe, weil dann die Stadtwerke einspringen mit ihren hohen Sätzen. Ein Solaranlage auf dem Dach montieren. Das ist dann dasselbe, wie wo ich gesagt habe, ja, ich würde gerne eine Klimaanlage in meine Wohnung montieren. Und dann kommt der Vermieter und sagt, Moment, hier, die Frau, so und so, die will auch eine Klimaanlage haben. Das machen wir dann über das eine, aber ohne Gewehr, dass die Nachbarn sich beschweren. Also da müsstest du zu den Nachbarn jetzt gehen und die fragen, ob das okay ist, wenn wir hier den externen Radiator anbringen, weil die sind ja schon mal lauter, wo die inzwischen nicht mehr so laut sind wie früher. Weil das Haus dann auf der Seite, hinter mir genau, hinter dieser Wand, das würde wohl zu nah stehen. deshalb könnten die sich beschweren, wenn die auf dem Balkon sitzen und sagen im Sommer, was ist denn das für ein Ding vor uns? Aber das Ding war eigentlich schon für mich gegessen, als es dann hieß, ja, der und der im Haus will das auch haben, das können wir dann zusammen übereinlegen, dann kaufen wir einen größeren. Ach, das ist schon zu kompliziert, das dauert dann so genauso lange, wie Fusionskraftwerke bauen hier. Meine Markise wird ja auch schon seit fünf Jahren abgebaut draußen. Danke, HZ1-Alter, für ein Twitch-Prime-Abo. Und jetzt war schon wieder Sturm und ich habe das Gefühl, dass die Markise bei jedem Sturm ein bisschen weiter rauskommt aus der Wand auf meinem Balkon. Aber was weiß ich schon. Die Sache war auch für mich gegessen, als ich meinen Vermieter gefragt habe, wenn die runterkommt, wäre es dafür eigentlich haftbar? Da hat er gesagt, ja, meine Haus, meine Haftpflichtversicherung hier fürs Haus. Ich so, dann ist ja gut, dann ist mir scheißegal, wann die abgebaut wird. Weil die nämlich, ähm, im Mietvertrag mit drin steht. Also das gehört halt zur Wohnung. Beim nächsten Sturm festhalten und losfliegen. Dazu müsste man in der Lage sein, die nochmal rauszudrehen. Bzw. auszufahren. Ich glaube, der stand mit mir auch auf dem Balkon und hat gesagt, weil er da was streichen wollte. Weil irgendwie zu mir irgendwie, boah, ich glaube, die hängt hier 30 Jahre und schon kaputt. Wo ich da auch so denke. 30 Jahre, das ist eigentlich noch eine ganz gute Zeit für irgendeinen Gegenstand in der heutigen, also heutzutage. Kannst du froh sein, wenn irgendwas 30 Jahre hält. Verschur mich doch bitte mit deinen Fakten. Bist du einfach sowas wie ein Querdenker? Du bist der einzige Streamer, der gerade on ist, den ich guck. Das bedeutet, ich hab irgendwas verpasst. Irgendeine große Party oder so, wo alle coolen Streamer eingeladen sind und ich hocke hier wieder und streame. während die sich nicht während die wieder nicht einhalten, die richtigen Abstände und irgendwelche Frauen pushen wollen für körperliche Dienstleistungen. Oh mein Gott, das darf ich nicht sagen. Wir streichen den letzten Abschnitt nochmal. Nicht, da ich sowas nicht schon mal erlebt habe auf einer Feier. Ich muss das sagen, die Welt ist schlecht. Ohne Scheiße, die Welt ist richtig schlecht. Das große Twitch-Meth-Cooking-Happening. Ausgeladen 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 Aber die Kampagne läuft viel zu glatt, ich weiß genau, dass die in Zukunft total schief gehen muss. Was soll dieses Tarkov sein und kann man das essen? Ich weiß natürlich, was Tarkov ist. Sagt uns, was ihr denkt. Eine Koalition für Nahrungsmittel? Wieso? Was stimmt mit euren Nahrungsmitteln nicht? Vor allem, ihr seid so mini, ey. Okay. 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 Und ihr habt Krieg gegen Königreich Wei. Das bedeutet, dass wenn ich in eine Koalition mit denen gehe, hört ich direkt das Königreich Wei als Feind. Das wird der nicht mögen. Sagt uns, was ihr denkt. Nun gut. Ach, Philly. Ich weiß, dass der immer bei mir alles kopiert. Ich glaube, ich komme an Unterstützungstruppen vernünftig. Der Hinterhalt hat anscheinend nicht funktioniert. Ich weiß, was ihr habt. Unterstützungstruppen kommen da von der Seite. Das ist schon mal richtig schlecht. So, bewegt eure Ärsche. Wir müssen mit Masse gewinnen. Müsste es doch stärker sein als jeder von den Feinden. Wir müssen mit den Feinden. Ich bin bisher zutiefst unterwältigt. Ich lasse mich nicht von Zickigkeit reizen. Kavallerie. Bereit machen. Bereit machen. Los, los. Schnell, aufhören. Achtung. Aufhören. Aufhören. Bereit machen. Spürt die Macht der Erde. Bereit machen. Lauf. Es ist soweit. Eure Zeit läuft ab. Hört ihr jemals auf zu reden? Gehorcht mir. So, stellt eine zweite Reihe auf. Aufhören. Sehr gut, ihr nehmt den ersten auch schon voll auseinander. Haltet euch bereit. Achtung, Krieger. Bereit machen. Ihr müsst weiter zurück gehen. Die Elefanten rennen nämlich gleich durch euch durch. Los, los, los. Ich verstehe, wenn ihr eine Pause braucht. Ah, seid still. Hinlauf, Schild. Bereit zum Aufbruch. Bereit machen. Behalt euch. Bewegung. Haltet euch bereit. Achtung, Achtung. Schnell ausdrücken. Ja. Angreifen. Achtung. Was sind euch? Lauf. Zurück. Go, go, go. Bereit machen. Wir retten ihr Soldat. Angreifen. Aufpassen. Achtung, Krieger. Im Eiltempo. Lauf. Lasst euren Zorn aus. Vernichtet sie. Waffnet euch. Rein da, ihr seid Brecher. Im Eiltempo. Lauf. Kabbalistin. Es ist soweit. Ihre Einheit flieht. Feiglinge. Dich nerv lassen. Auf, du kannst her. Achtung, Krieger. Wacknet euch. Lasst euren Zorn aus. Wacknet euch. Auf, ihre Beine. Wolfen. Bereit machen. Im Laufschritt. Antreten. Auf, ab. Schnapp also Mut aus. Bereit machen. Renn ausdrücken. Reiter. Los, los, los. Schneller. Ja, die Mitter mit den billigen Pflanzenkämpfern hat natürlich jetzt ganz schön versagt. Los, los, Bewegung. Bereit machen. Bereit. Zeigt keine Gnade. Angreifen. Achtung, Kavallerie. Achtung, Krieger. Angriff. Bereit. Achtung, Krieger. Achtung. Bereit. Pferde, bereit. Haltet euch bereit. Plankiert die. Einen Schritt näher am Sieg. Bereit. Bereit euch. Bereit euch. Durch die Elefanten vorne. Keine Angst, da sind auch nur Tiere. Oh, jetzt hab ich den ersten Mal gesehen, dass der... Er sollte sich zurückziehen. Welch Feigheit. Warum flieht ihr? Zu spät zurückgezogen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie verliert gegen die Dame. Wappnet euch. Tötet sie. Wappnet euch. Achtung, Krieger. Schneller. Lauf, lauf. Eine steinerne Haus. Leute, warum schießt ihr nicht? Weil ihr unseren eigenen Leute nicht gefährden wollt. Ich weiß. Und schießt. Wie sie rennen. Wie sie rennen. Feige. Antritt. Aufpassen. Beeilt euch. Bewegung. Seid keine Gnade. Schlag zu. Achtung. Achtung, Krieger. Achtung. Achtung. Es ist soweit. Lauf. Lauf, lauf. Lauf. Bewegung. Schwerter zücken. Stört die so sehr, dass sie sterben. Beziehungsweise, dass sie ihre Moral verlieren. Achtung, Krieger. Vernichtet sie. Aufpassen. Es ist soweit. Achtung, Krieger. Aufgepasst. Es ist soweit. Bereit. Behalten euch. Achtung. Unsere Männer fliehen. Los, los, los. Schneller. Lasst euren Thorn aus. Lauf. Nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Im Alltempo. Feuer frei. Achtung. Bereit. Bereit. Haltet euch bereit. Bogenbereitschaft. Achtung, Bogen schützen. Achtung, Bogen schützen. Im Alltempo. Im Alltempo. In den Kampf. Schlag zu. Im Laufschritt. Kämpft. Schlag zu. Im Laufschritt. Kämpft. Bleibt nur noch der Dicke, der da hinten stresst. Aber König Meng Hu ist nicht, ist nicht reich zu töten. Schlag zu. Schlag zu. Achtung. Aufpassen. Die Krieger fliehen. Eingehunde. Ja. Haltet euch bereit. Meine steinerne Haut. Hilft zwar nichts gegen den, aber man kann es ja trotzdem mal machen. Es ist soweit. In den Kampf. Achtung, Krieger. Bereit machen. Haltet euch bereit. Für die Mission. Haltet sie. Angreifluft. Aufziehen. Achtung. 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 Unsere Männer rennen davon. Diese Feiglinge. Sehr gut. Ich halte jetzt Angst wirklich noch zu verlieren. Kann man die Elefanten zu Olifanten aufmotzen? Nein. Möchte sie gerne aufmotzen zu Mammuts? Das wäre vielleicht auch noch hilfreich. Sie kämpften nur für ihren Glauben. Zu Otti fanden. Mit neuen Dialogzeilen. Bist du gestorben? Du bist doch geflohen. Achso, du bist gestorben. Das ist ja ungünstig. Fürchtet niemanden. Dumm befanden. Ach, das Strategiespiel wird niemand spielen. Verabreiche einem Elefanten Drogen, damit er zur Luftkampfeinheit wird. Das hat die USK auch noch nicht gesehen. Eine unmögliche Aufgabe. In den Kampf. Bedenkt alles. Ein Missverständnis. Zurückhalten. In den Krieg. Gute Nacht, Icefog. Scharf Sinn entgeht dem härtesten Schlag. Machen wir sie uns zunutze. Hinaus und weiter. Haltet beim Spannen eines Bogens den Atem an. tritament. Sore der steht. Das war schön. plaster am proveなら steam. Back chuyên wandern. Stimmt actually? Moment, ich baue dich um, das lohnt sich eher gegen die Korruption vorzugehen. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr ein Street Kingdom Spiel gehabt, wo ich so eine gute Wirtschaft hatte. Ich weiß, ihr mögt mich nicht, ich schenke euch aber Lebensmittel. Oh, Dauerungsmittel, danke! Minus 36, was ist das schon? Unabhängigkeit von Vasallen unterstützen. Und seht ihr, was das Tolle daran ist? Man sieht gar nicht richtig, welcher Vasallen dafür verantwortlich ist. Okay, jetzt hat sich einer als Kaiser ausgerufen, also kann man den Kaiser nicht mehr beeinflussen. Okay. 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 Varzau hat sich ja schon als Kaiser ausgerufen. Also was willst du machen? Nix. Bleibst du noch vor der Grenze stehen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Naja. Okay. 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 Um, 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 um. Um, 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 um Ich weiß, du guckst gerade auch zu. Übrigens ist das Anruf mit der privaten Nummer nachverfolgbar aus dem Netz her. Da hat die Polizei mich schon drauf hingewiesen. Also der Netzanbieter ist verpflichtet, das rauszugeben, wer dann angerufen hat zu den besagten Zeiten. Bei Anzeigenerstattung. Deshalb treibt mich nicht zu sowas. Dankeschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, Freunde, der armlich Unterhaltung. Besorgt euch nie in Stalker. Das ist nur anstrengend. Wen kannst du dir diplomatisch einverleiben? Gar keinen. Die Vasalisierung ist eh so eine Sache. Dann hast du einen Vasallen, der von allen gehasst wird und die haben dann ständig Krieg mit irgendwelchen Leuten und du musst für die gerade stehen. Die Heimat erfreut das Herz. Die Heimat erfreut das Herz. Wir stalken nicht auch. Hier ist heute ein Spiel. Das ist aber ein gewolltes Stalken. Das ist das, was ich tue. Das ist das, was ich tue. Ein Vorschlag. Nein. Obwohl, der wird zu meinem Vasallen werden. Aber du hast doch nichts mehr. Das wird Königreich Weinig. Also, das mag Königreich Weinig. Das ist das, was ich tue. Ja, das mögen die alle nicht, wenn ich den reinziehe bei mir. Weil viele mit dem auch Krieg haben. Ihr macht euch zum Narren. Ja. 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 Aber wir sind uns doch alle einig, dass Stalking eine doofe Sache ist. Weil man Menschen mehrfach dazu auffordert, es einfach sein zu lassen. Aber ein stalkhaftes Verhalten ist leider, jegliche Kleinigkeit irgendwie nach vorne zu ziehen und zu meinen, es geht darum. Aber in Wahrheit geht es nur darum, dass man den Kontakt mit der Person irgendwie aufrechterhalten kann. Das ist halt leider ein krankhaftes Verhalten. Ich habe keine Ahnung, was für ein Typ in meinem Discord aktuell ist, weil ich aktuell nicht in meinem Discord bin. Und wer unvorsichtig ist... Ist rucki zucki in irgendeiner Sekte? So, das mache ich in der nächsten Folge.